Sie sind ein ungleiches Paar. Sein Lebensinhalt, die kleine Tochter, einsame Musikabende und die Schneckenzucht. Ihr Leben, durchtanzte Nächte, heiße Flirts und diverse Liebeleien. Ein brisanter Thriller um Liebe und Tod. Wenn mir einer nicht passt, wegen meiner Frau zum Beispiel, dann bringe ich ihn um. Tiefe Wasser von Patricia Highsmith. Teil 1 am Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik